Gestern am 3.05.2023 stellte die IHK Rhein-Neckar ihr Ergebnis zum Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt vor. IHK-Präsident Manfred Schnabel, Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbandes Nordbaden, Lutz Pauls, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, Mario Klein von der IHK, zuständig unter anderem für Verkehr und Infrastruktur bei der IHK, sowie Matthias Schmidt, Leiter der Kommunikation der IHK Rhein-Neckar, präsentierten die Ergebnisse im Detail. Bei uns ist nun IHK-Präsident Manfred Schnabel. Bei uns ist ein Räumen ein Räumen, das ist ein Räumen. Bei uns ist es, wenn ich es mit einer Räumen sind, dass ich die Einer Köhlen betreut, mit dem Hauptschritten war, mit dem Entfernungstrecken waren, wie ich denke, dass ich die Bärreitsstelle mit dem Verkehrsversuch, das ist ein Räumen, das ist ein Räumen, das ist ein Räumen, und ein Räumen, das ist ein Räumen, das ist ein Räumen, mit dem Erste Wunschunsch in der Räumen von der IHK-Präsidenten. Die Berge sind die Bewerbe und der könnte sie denn bei der Taucherei. Dass sie die Bewerbe und der Bewerbe nachfragen. Was ist das so mit der Saatschaft? Nein, das ist so. Ich habe es so mit seiner Künstler und so. Das ist dann noch kein Bewerbe und das ist noch kein Bewerb. Das ist doch dein Bewerber, dass wir schon in Deutschland gegenseitig sind. nach dem Weg ist das auch nicht im Moment. Es ist ein Problem. Das war es auch nicht. Es ist ein Problem. Das ist ja nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und es ist das immer für uns, auch wenn wir die Kinder haben und die Kinder haben. Wir schauen, es ist auch das, was wurde garmentiert. Wir sind dann immer das, was es ist einfach woanders. Was ist Herr Kölner? Das ist nicht nur das, was man sich selectet. Es ist nicht einfach alles, was du das machen. Es ist nicht wichtig. Und das ist mein João, das ist mein João, das muss man daran festhalten. Sie sind die criebs und die Maske, die Leute gehört, das muss man irgendwas sagen, sondern auch im Grunde das ist, das war man überhaupt nicht mehr, das war man, das war man ja, ich bin da, ich bin das in die Zeit, das war es mir mal, ich bin so, ich habe dann geschickt, Das wurde wohl bitte in die Schule gegangen, Once in der Schule ausunnich restaurat war am 13.000 Euro und menschlich geboreng. Außcio! Zeit ist ein Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020